Hallo meine lieben Freunde! Willkommen zurück zu Final Fantasy Type Zero! Äh, ja, ich hoffe einfach mal, dass es, äh, heute mal ein bisschen flüssiger läuft. Okay, grad 10? Hallo Kubo! Mog und orderly Arya sind noch auf Dutys. Also wir sind hier, um dich abholen, Kubo! Geh mit Mog, wenn du die Akademie-Fassilien benutzen würdest, Kubo! Alles klar. Cool, dass du auch da bist. Das heißt, bei dir kann ich, was? Ah, ich kann hier Gefechtsübungen, ah, das ist cool. Das ist cool, was kann ich bei dir? Ich dachte, ihr könntet unter diesen Umständen jede Art von Hilfe gebrauchen. Das ist alles Nachschub fürs Militär. Okay, also erzählt es niemandem. Ja, ja, wenn euch jemand fragt, ihr wisst zwar nichts. Ah, okay. Uh. Habe ich aber grad nicht. Ähm. Ja. Ja komm, reden wir erstmal mit dir. Ähm. Sieht etwas falsch? Ich... ... 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 Ich will nur ein Gespräch. Warum nicht? Wir werden uns nicht angreifen mit dir. Du kannst dich frei sprechen. Wirklich? Ja, wirklich. Endlich! Wir sind fertig mit der Charade. Danke. Ich kann normalerweise breathieren. So, jetzt was? Auf der zweite Idee, vielleicht besser du bist ruhig. Was? Bist ruhig? Die Frickers haben mir gerade gesagt, dass ich zu sprechen kann, freiwillig zu sprechen. Warum solltest du dich behaupten, frischen Cadets? Um, äh... Wer hat dir gesagt, nicht zu sprechen? Oh, meine Mutter. Sie war alles frischen schrecklich und so. Sie war alles so, wie... Bitte öffnet deinen Mund und riecht. Ein frischen Mann, hm? Aber Klasse Zero, Mann! So große frischen Hörer. Es ist sicherlich schön, dass du dich hierher haben. Ich glaube, deine Mutter wäre richtig. Das glaube ich auch. Der geht mir sofort auf den Sack. Mein Gott. Ja, ich wollte mir die Stadt ansehen. Spuck's aus. Was brauchst du? Ah, ich kann mir die auch Sachen kaufen. Alter! Ey! Der Anhänger da ist meiner. Muss das verdammte Ding irgendwo verloren haben. Echt korrekt von dir. Danke. Hier hast du was als Ersatz. Klasse 0 ist netter, als ich von dem Sterben erwartet hätte. Ach, Strebern! Hups! Wann so Sterbern! Genau! Ja, ja. Halt die Klappe. Ich habe ja ambulant erhalten. Alles klar. So, ich will jetzt aber nochmal ins Hotel, weil da gab es auch noch zwei Dialoge. Äh, Dialoge. Jetzt sind die Dialoge weg, oder was? Hier, Dialoge sind einfach weg. Mann! Ja, dann gehe ich wieder nach draußen. Ich muss auch unbedingt mal wieder den Check... Den Hatscha-Hacke. Muss ich mal wieder als... Ach, kann ich gar nicht. Ach so. Ja gut, dann. Ja, dann. Ich darf aber hier einfach rausgehen, haben die doch gesagt, oder? Ich... Ich... Darf ich auf die Overworld? Sektor, bla 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 bla. Ah, da hinten will da einer Dialog. Die, da ist sogar... Ne, da ist der gute Nein, ne? Ist nicht der Check. Da ist der Nein. Da ist der Nein. Ne, da hinten... Es wird wirklich hier knelt... ...hah? Das Reo-Brum-Land sind in der johnnen. Äh? Was soll das sein? Unlike wir Militasi, Sie sind wie Lappdocks zu Ihren Krystal. Ich fühle mich nervös, nur mit dem gleichen Luft. Hey! Wollen Sie ein Stück von diesem, Yo? Huh, Sie sagen, Sie arbeiten für den guten Krystal. Dann schrauben Sie Ihre Fangen während einer C-Spire? Sie, Tiere! Wollen Sie ihn nicht hören? Ich werde so viele Rübrum-Docks auf mich nehmen. Sie sagen, wir sind die Lappdocks für die Krystal. Aber ich würde sagen, dass Sie ein viel besserer Pett für Sidd. Was hast du gesagt? Was passiert mit Ihrem Emperor, der dieses Räumen? Warum folgst du Sidd so blind? Wie darfst du mit dem Marschall Sidd? Hm. Ich sollte es wissen, nicht zu versuchen, mit einem Lappdocks. Wir gehen. Ja. Hörst du, Red Scourge des Empire! Ja, jetzt hat er, jetzt hat er ein bisschen selbst verkackt. Ich krieg's sogar einen Superdrang dafür. Ja, vielen Dank. Werden wir den jetzt eigentlich gegeben? Ah. Da will noch einer mit mir reden. Ja, guten Tag. Für dich sind wir nur skublose Eindringlinge, was? Dann klären wir auf. Die Macht des weißen Kristalls wird von Jahr zu Jahr schwächer. Unser Volk leidet Hunger. Nur eine kleine Elite genießt ihren Wohlstand. Und wer soll uns aus dieser Notlage retten? Die anderen Kristallstaaten schauen von Weitem zu. Wohlwissend, dass wir dem Untergang geweiht sind. Sollte das Licht unseres Kristalls erlöschen. Deshalb kämpfen wir. Auch wenn wir andere Völker damit ins Unglück stürzen. Aber wir werden überleben. Das ist schön für dich, mein Freund. Aber das interessiert mich schon. Ja, sechs Stunden haben wir noch. Was aber auch immer in diesen sechs Stunden noch anstellen. Vielleicht wird ja noch einer mit mir reden. Wer weiß. Vielleicht steht ja hier einer der... Ah, guck mal, da steht wieder der Nein. Ah ne, dies war jetzt der Check. Okay, alles klar. Hi, Check. Okay. 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 Ich verstehe deinen Punkt. Aber trotzdem. Bevor wir hier sind, die Queen sagte mir, dass... ... die M.A. auch benutzt die Kraft aus dem Kristall. ... und verbreitet ihre Magik-Liefe in Energie. Oh. Also, in einer Weise... ... kannst du sagen, diese Land wurde mit dem Kraft von Kristall. ... wie wir uns waren. Ja. Das macht Sinn. Du und die Queen sind so smart. Mann, Check. Bist du doch auch. Bist du doch auch, jung. Was drüber dran. Danke, Check. Finde ich gut. Sonst noch einer mit mir reden? Ja, da hinten. Weil, wie gesagt, ich habe noch vier Stunden. Das ist Seven und äh... Du warst... Du warst dich, oder? Du warst dich. Du warst dich, oder? Und diese Hälfte. Und die Frau? Das warst du. Nein, nein, ich bin nicht clean. Ich lese nichts. Du solltest zumindest unsere Missionbriefs lesen. Äh, wer war das? Das ist ein Intel-Officer. Was würde ein Ruh-Boom-Intell-Officer machen hier? Ich habe sehr viel über die gleiche Sache. Vielleicht hat er auch mit dem Chancellor. Hmm. Ist etwas falsch? Nein, es ist nichts. Los geht's. Äh, okay. Äh, okay. Section 4. Okay. Du hast einen Auftrag. Was hast du denn für einen Auftrag? Du musst zur Klasse 0 gehören. Ich habe eine Nachricht von ihrer kündiglichen Hoheit für dich. Der Majestät wünscht, dass du deine Macht beweist. Du sollst jedoch selbst wählen, ob du wagst, dich dieser Aufgabe zu stellen. Ich steigere die Kraft eines Kadetten der Klasse 0 auf das Maximum. Ne, grad nicht. Frau. Alter. Okay, ich rede jetzt noch mit dem hier und dann sind die zwei Stunden um. Ist das wieder der Check? Ah ne, das ist, äh, äh, 8. Ey, in der Waffenfabrik hatten wir ja schon einige Ärger. Aber dass man uns jetzt wirklich zwingen würde, in Melitis zu bleiben. Das ist gut, ist halt ja klar. Sind zwar jetzt Waffenstillstand, äh, wir haben zwar jetzt Waffenstillstand und sowohl der Magistrat als auch der Stabschef sind hier. Aber ich komme auf freundliches Gebiet einfach nicht zur Ruhe. Dieser LC Nimbus, gegen den wir in der Waffenfabrik gekämpft haben, unglaublich wie stark er ist. Kunmi war ein LC des zweiten Zirkels, richtig? Jetzt wissen wir den Unterschied zwischen LC des ersten und des zweiten Zirkels, am eigenen Leib. Immerhin wissen wir nun, ob wir es im Kampf gegen Nimbus aufnehmen müssen. Das ist ein großer Vorteil. Der Waffenstillstand wird schließlich nicht ewig anhalten. Und so wird jetzt mal eine Zeit um. Mensch. Was hab ich beim Hotel? Alles klar, wo ist das? Ich brauch die Map. Ich brauch die Map. Ah, ich bin auch am Ende. Gut. Das war jetzt einfach... Ich bin nur noch geradeaus, sondern einmal links aus. Mensch Leute, es geht direkt weiter mit Action. Es gibt jetzt nicht hier groß rumgelabert. Es geht direkt wieder auf die Fresse, gibt es jetzt. Das ist ja richtig geil. Das freut mich doch. So. Ja, ihr verpisst euch mal alle. Eingang Hotel Amada. Ja. 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 bis jetzt ist ja noch alles gut so mach mal fangen wir jetzt noch die mission an ich denke ich will bis zum ersten speicherpunkt der mission noch ja dann roma kadetten sind schon wieder im hotel willst du auch zurückkehren warte warte kann ich jetzt meine kadetten ändern nee schade okay ja dann ja muss man ja mal ausprobieren ja ja klar ich will auch mädchen der rabe ist wieder zu den es die rabe der rabe ist wieder zu den es kristall jahre Ja, ein Imperium? Ja, wie ich erwähnt habe, wir sind in der ganzen Zeit sitzen. Wir sehen... Nicht jetzt, Trey! Run! Der Kanzler in Krasimere! Oh, okay. Visual! Seize them all! Run for it! What? If we stay here, we'll suffer the same fate. Let's move on! Holy shit Alter Hauptsache die Arias Die kriegt erstmal richtig fett Einen reingeballert Check in the check Seven on Ace Jawoll Die machen dat Die machen dat Okay, es geht los Mission time So, zack Zack Dann hier die nächsten Zack So, dann kommt ihr beiden Oh Den hat er da, dann ist gut Zack So Geht nicht, geht nicht, geht nicht Ich glaube, ich muss irgendwo Hilfe, das sind ja noch mehr Oh mein Gott Ja, ich muss oben rum, alles klar Ah, Double Kill Oh, Sieg Ich will aber die hier noch einsammeln Was auch immer das ist Nein, du sollst, du sollst Mann, check in the check Hey, kann ich das nicht ein Ist das nichts zum einsammeln Ja doch, klar Hier, Gästebuch Das kann ich aber anscheinend nicht einsammeln oder was Ah doch jetzt Ah doch, ein Gästebuch Jetzt haben wir zwei Gästebücher Da kann man es eintragen Und ja Ah, hier ist schon der nächste Speicherpunkt Ist es am Schneiden? Ist das Schnee? Cool Ja, dann würde ich sagen Dann beende ich das doch schon hier Äh, dann geht die Mission halt erst im nächsten Part los Aber, Freunde Ich freue mich auf die Mission Ich hoffe, ihr auch Und, äh, wenn es euch gefallen hat Schaltet im nächsten Mal wieder ein Auch wenn, äh, nur ein paar kleine Cutszenen waren Und so weiter Aber würde mich trotzdem freuen, wenn ihr im nächsten Mal wieder einschalten würdet Und ich sage bis dahin Tschüss